Ich bin Friederika, arbeite bei Bächle in Offenburg seit ungefähr acht Jahren und bin als Systemingenieur tätig. Ich arbeite bei Bächle in Offenburg in dem Team Netzwerk und Security. Ich kümmere mich darum, dass bei Kunden die Netzwerke sicher sind. An einem normalen Arbeitstag bin ich eher bei Kunden unterwegs, das tagtäglich in der Woche und versuche da entweder neue Sachen zu implementieren oder Lösungen zu finden. Bächle hat mein Leben verändert, tatsächlich, weil ich bin aus dem Norden hier runter in den Süden gezogen. Nach meiner Ausbildung war ich ein Jahr in Australien und habe mich von dort aus bei Bächle in Offenburg beworben. Warum habe ich mich beworben? Ich wusste nicht, wo Offenburg liegt. Ich dachte, ich mache es einfach mal. Ich habe danach auf die Karte geguckt und habe gedacht, ja, Spaß, war das schön. In Offenburg sollte man sich bewerben, wenn man Spaß an der Arbeit hat und gerne in einem Team arbeitet. Ich sage immer, ich arbeite hier, wo andere Urlaub machen. Wielforsche Wielforsche